Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und willkommen in meiner Küche. Hier habe ich gestern in mein Ibanez XP300 neue Tonabnehmer eingebaut. Und das wollte ich eigentlich filmen, aber aufgrund meiner Unfähigkeit ist das leider nichts geworden. Aber zumindest den Test dieser Tonabnehmer möchte ich heute noch verfilmen. Und ich kann das Instrument auch gerade erst mal zeigen. So, da ist sie. Und da sind die neuen Pickups. Ein IMG X81 und ein IMG X85. Und ich bin jetzt mal gespannt wie sie klingen. Getestet habe ich schon, es funktioniert halt auch alles. Und ich fahre jetzt gleich in den Proberaum und da mal über einen großen Amp austesten, wie es so klingt. Hier die S-Logs habe ich nochmal eingebaut. Da und da. Ja. Und ansonsten alles mal sauber gemacht und poliert und schön gemacht. Dass die mal wieder vernünftig aussieht. So, ich bin angekommen. Alles ist vorbereitet. Ich spiele hier natürlich über meinen wunderbaren MT-15. Der gerade blau leuchtet oder im Clean Channel ist. Gleich ist er dann wahrscheinlich irgendwann auch mal rot. Ja. Nothing more to say. Here we go. Ich spiele hier. 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 Ich spiele hier.